Verdammt, da spielt einer Pangalier, er leckt mich doch. Fuck's sake, ich bin schlark. Oh, das ist auch gut. Shit, Mann. Ja, und wenn der Pangalier auch noch den halben Bild von mir macht, das ist auch ein Bäscher wäre noch geil gewesen, ein Bäscher auf Pangalier, dann hätte ich Kling's vielleicht bekommen. Ah, for fuck's sake. Irgendwann muss die Scheiße ja mal loswerden. Ja. Okay. Okay. Welcome back, landlubber. Okay. 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 Auf jeden Fall mehr Angriffsgeschwindigkeit. Okay. 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 Fuck. Fuck. Okay. 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 Das war nicht der Shitplan. Und am Tower ist es halt gefährlich. Pudge ist jetzt schon Level 5. Und Pudge ist jetzt schon Level 5. Wegen der Nummer, obwohl ich 3-2 stehe. imieterlich absehisen. Ja, Leute. Ja, das war nicht. Ich bin mir im Moment. In der Nikki permaniert. Ja, das war nicht. So war nicht. Das war nicht. Nein, ich bin nicht sicher. Ich bin jaher. We're out of here! Shit. Ah! Boah, komm schon ey! Verdammt. Jetzt bräuchte ich meine Ulti. Jetzt kann ich erstmal nicht hier raus. Hoppla. Hoppla. Okay. Endlich habe ich Shadow Dance. Das ist ein Unterestimator, John. Go on, get out of here! Go on. John. Okay. Okay. Over here. I'll be out of this messin. Here, fishy fishy. They're trying to break your middle tower. Right. It's a leader. Oh shit man. That's a fish out of water. Ah, missed. That's an Javelin. Dang it. Radiant fortify their structures. Attack the heroes! 240. Warte, haben die das geändert? Ja. Fuck. Ah shit man. Ah. Your top tower is under attack. Unbedingt vision. Take a look at me. God's sake, endlich geht mal was. Ahhhh. Gotten denied, okay. Oh, Mann. Hoppla, das war nicht gut. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das hilft ja nicht. Bekommen hätten wir sie sowieso nicht. Ich glaube, ich muss den auch verkaufen. Don't get caught. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, sag mal Ich hab aber shit noch mal keine Mana Was war das denn für ein komischer Doppellevelaufstieg Endlich mal was, was funktioniert hier So Quatsch, mir da. Ja, go. Right. War's nie, aber Pocz. Hmm. 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 Oh, shit, irgendwer sieht mich. Okay, sie haben auf jeden Fall... Da haben sie auf jeden Fall Vision. Wenn ich recht habe, sollte das ja möglich sein, das zu dewarden. Ja. What the fuck? What the fuck? Das gibt's doch nicht. Wieso haben die... Ein verficktes Zepter. Zwölf. Zwölf. Ach, Oracle Level 18. Wieso ist der Level 18? Ich glaube nicht, der hat die Tom's gefressen. Okay. I was practicing my back. It's just a thing. It's just a thing. Wait, Anchor. This game is off. Your middle tower is taking a drop in. Douse those fires. Habe ich ne Chance? Fuck. 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 Fuck's sake. Wäre der nicht so stark, dann hätte ich den bekommen. Dann hätte ich mehr Damage gehabt. Oh man, dieser Vollspacken. Oh man, dieser Vollspacken. Hmm. Someone. Oh man. Oh man. Okay. Oh man. Oh man. Okay. Ich glaub's einfach nicht Wir können nix machen Soviel zu meiner Passerie Ich weiß nicht, was ich da bin? draw walls with a morbid mask for god's sake ich bin echt nicht mehr normal wenn der jetzt noch ein ob der ringkorb bekommt ich bin echt nicht mehr schon mann ich bin echt nicht mehr Müsste kommen For fuck's sake, maaaannn Was brauchst du denn um den shit idioten da zu killen? He has for the own of the tank, but he got me Can you please not focus the tank? Draw, why you have to focus the heart tank of them? He has a heart and 5000k life He has a heart attack He has a heart attack Yo, it's good Hey, we have to stop I don't believe you I don't believe you He has a heart attack I don't believe you Und so ein Spiel muss man nicht antun ey, unglaublich, unglaublich ey, Gott, nee.